Vor etwa vier Jahren löste Lorenz Beckhardt eine heftige Kontroverse aus. Der Schriftsteller und Redakteur, der beim zwangsfinanzierten Sender WDR tätig ist, sorgte damals in der ARD-Sendung Tagesthemen mit einem Kommentar für erhebliches Aufsehen. In Anbetracht der Umweltauswirkungen rief er am 29. Juli 2019, dem sogenannten Erdüberlastungstag, die politischen Entscheidungsträger tatsächlich dazu auf, erhöht drastisch die Kosten für Fleisch, Autofahren und Fliegen, sodass wir davon Abstand nehmen. Bitte beeilt euch, dann werden wir euch unterstützen. Hören Sie selbst. Das Problem ist, dass kein Arzt umweltschädliche Konsumsucht heilen kann. Das können nur mutige Politiker. Deshalb die Bitte, macht Fleisch, Autofahren und Fliegen so verdammt teuer, dass wir davon runterkommen. Bitte, schnell, dann wählen wir auch euch alle. Angesichts dieser drastischen Worte könnte man annehmen, dass der zwangsfinanzierte Redakteur Lorenz Beckhardt, der diesen Kommentar vorgetragen hat, natürlich mit bestem Wissen und Gewissen selbst das Leben führt, das er offensichtlich anderen vorschreiben möchte. Aber das ist nicht der Fall, liebe Zuschauer. Was Beckhardt sagt, gilt offensichtlich nicht für ihn selbst, sondern nur für das einfache Volk. Vier Jahre später, inmitten einer Rekordinflation, die vor allem die ärmeren Schichten beim täglichen Einkauf belastet, sorgt Beckhardt erneut für Empörung. Diesmal, weil er seinen Luxusurlaub in Ägypten genießt. Dabei ist er selbstverständlich nicht geschwommen oder getaucht, sondern, wie sollte es anders sein, geflogen. Ein Ex-User kommentiert, nur der gemeine Pöbel soll sich das Genannte nicht mehr leisten können. Diejenigen, die sich ihre Taschen mit Gebühren und Abgaben der Steuerzahler füllen, können es natürlich weiterhin. Was für eine ekelhafte Doppelmoral. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.